Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Diskussionsvideo about Banlist. Okay, das kam sehr spontan, auf einmal, ich guck einfach mal auf meinen Rechner und bam. Neue Liste ist draußen dafür, ja, ab den 31. März bereits, also ist ja gar nicht mehr so weit hin. Und ich bin gespannt, was sich da drin verändert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sie so früh schon announcen, aber ja, steigen wir ein und gucken mal. Also, ich nehme das halt schon, ja, ich nehme das jetzt halt direkt auf. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, deswegen lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, was dort alles drauf sein wird. Let's go and let's see. Ich bin gespannt. Was haben wir? Wir haben Kirin, haben wir Band. Das ist ja quasi mehr oder weniger aus der OCG genommen, mehr oder weniger. Ja, ist halt eine sehr, sehr gute Karte immer noch halt. Vor allem in Metal Force wird es halt immer noch gespielt, zusammen mit der Bumbuka Engine. Okay, verstehe ich. Ansonsten ist halt Kirin sonst eher weniger relevant gewesen. Das hat man ja früher mehr in den anderen Decks gesehen, wie halt Pepe und so. Ja, ist verständlich. Viele Leute geht halt diese Karte auf den Sack. Was haben wir dann? Dann haben wir Tyrann Neptun. Ach du Scheiße, das haben sie tatsächlich auch direkt bei uns auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Macro, in dem nächsten Set ist, im MACR, glaube ich, ist das in unserem nächsten Set, mit dieser Nightingale. Also da gibt es da so einen FTK, mit dem man das machen kann, indem man dieses Lulinika oder wie das Themendeck heißt. Wenn man die da beschwört, kann man sich das Tribut anbieten und kann man den Gegner irgendwie über 5000 Damage oder so reinburnen. Und man kann diesen Tyrann Neptun auch, glaube ich, irgendwie schwerlich loswerden. Das ist voll witzig, weil die Karte hat das sonst nie Relevanz. Die Karte ist voll cool gewesen, eigentlich vom Effekt her so, weil sie halt die Effekte des Monsters übernimmt, dass es als Tribut benutzt wird. Und sie kann halt auch mit einem Tribut beschworen werden. Interessant, dass sie es tatsächlich mit übernommen haben. Warte mal, lass mich mal gucken. Elementeid Stratos. Warum? Warum sitzt du da immer noch? Moment, aber ich glaube, hier ist bestimmt doch, ich glaube, die ist kürzer geworden. Ich glaube, die haben einiges zurückgebracht, oder? Ähm, ich denke mal, die ganzen errateten Karts, die jetzt erratet werden, die werden, ja, obwohl, okay, Witch hat gerade erst frisch eine Rate bekommen. Ich glaube, das kriegen wir erst später. Ich glaube, der Rest ist zurück. Sanghan ist jetzt weg, oder? Endlich, Sanghan ist in Band. Okay, schauen wir weiter. Was haben wir noch? Ähm, Exiton haben wir noch Band, Manu. Ähm, Zenmighty auch noch? Komm schon, Konstrukt. Wie doof. Was haben wir noch? Spelltechnisch? Nichts. Wir haben Traps. Was? Vanity's Band? Okay, ähm, okay, das gab es auch nicht in der OCD. Ist halt eine sehr, sehr starke Karte, ja klar, aber ist halt auch relativ, ja, also, wenn man ein Deck spielt, halt ohne Spell & Trap Removal, verliert man damit automatisch dagegen. Das hatte ich auch in Prag gehabt, sodass Gegner halt automatisch dagegen folden mussten. Ähm, zwingt einen dazu halt Spell & Trap Removal zu spielen. Ansonsten ist die Karte halt, ja, sehr interessant halt, weil sie blockt zwar halt stark, aber natürlich ist sie auch mega Minus, wenn halt irgendwas anderes entfernt wird, geht sie halt immer automatisch mit weg. Es gibt natürlich ein paar Locks mit Beetle und mit, äh, mit dem Stardust, ähm, die halt das ganze Deck ein bisschen, ja, also sie halt den Vanity's Empties ein bisschen blocken, aber sonst, äh, okay. Ähm, viele wollten sie halt schon vor zwei Jahren, glaube ich, Banned sehen, als sie noch auf drei war. Ähm, das ist interessant. Wir haben, wir haben keine Zodiacs auf der Banned, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hoffe, Konami geht tatsächlich diese Richtung in der TCG, dass sie ihn nicht bannen, sondern limiten oder semi-limiten, weil ich glaube, es würde schon reichen, wenn man wirklich die drei Hauptproblematikarten halt, Trident, ähm, Barrage und, ähm, Mormred Limited, beziehungsweise Mormred kann man auch semi-limiten, wenn die anderen Limited sind, weil dann ist das Deck schon ziemlich eingeschränkt. Und ansonsten ist, glaube ich, eine Menge runtergekommen, weil es sieht ziemlich, ziemlich leer aus, ähm, würde ich sagen, ja. Wow. Wir haben von August 29. bis March 31. Wir haben tatsächlich ein halbjähriges Bandlist. Ist das nicht mal, ich glaube, es gibt mehr als ein halbes Jahr, es gibt nur sieben Monate. Okay, dann gucken wir mal, was, äh, Limited ist eine bestimmte Menge, was von der verbotenen Liste zurückkommt. Äh, Max-C Limited? Och, komm schon! Jetzt nur noch ein Max-C? Oh, Gott! Immer weniger, immer weniger lohnt es sich, Säcke zu gehen, fast schon. Meine Güte! Oh, Mann! Die OCG hat immer Max-C auf 3 gehabt, jetzt haben wir den nur noch auf 1. Das tut so weh. Why? So, dann Rescue Cat kommt zurück wegen der Erata, das wird die Erata jetzt in den Dual-List-Saga kommen, das ist normal. Bryony kriegt auch die Erata, das wissen wir. Äh, Brain Control kriegt auch eine Erata, äh, Future Fusion kriegt eine Erata, äh, Imperial Order kriegt eine Erata. Okay! Ha! Sie machen tatsächlich das, was ich gesagt habe, oder das, was ich mir gewünscht habe, dass sie halt mehr zurückbringen, halt alles, was so ein bisschen gammelt auf der Liste, und ein bisschen Stuff, äh, ban. Ähm, aber das, das Witzige ist halt, sie haben eigentlich nur die Karten gehittet, so, ähm, ähm, nur ein paar, so ein paar präumtiv, dann die Vanities, Kirin, okay, ähm, ich seh nichts von Zodiacs, und ich seh auch nichts von anderen Grasdecks oder so, also, okay, das heißt, wir haben nur noch die SEMA-Limits, eventuell hat Konami tatsächlich gar nichts gemacht, einfach, haha, das wär interessant, aber auf jeden Fall hätten wir eine neue Liste, das heißt, ich kann wieder Duell-Serie weiter machen. Schauen wir mal an, was wir auf der SEMA-Limited haben. Wir haben Red Peer auf zwei. Oh, Konami hat Eier. Sie haben Eier. Sie versuchen es tatsächlich einfach, Red Peer zu SEMA-Limiten, damit man die Kombo nicht mehr hat. Das ist cool. Das, das ist ein Eier, weil, das haben sich viele gewünscht, dass man es einfach mal ausprobiert, dass man das Ding SEMA-Limited, und zu sehen, wie dann noch Zodiacs weitergespielt werden, und ob überhaupt die Engine noch gesplasht wird, wahrscheinlich nicht, weil halt, mit zwei Red Peers kann man halt die ganze Kombo nicht mehr machen, da muss man wirklich sich sehr, sehr strecken, damit man was machen kann. Dann haben wir Wisdom Eye Magician, geht zurück auf zwei. Okay, das ist cool. Ich glaube, in der OCG ist sie immer noch Limited. Vor allem, sie kriegen ja noch mehr Support jetzt in diesem neuen Set, was im Mai kommt. Das ist interessant. Okay. Und Slumber auf zwei. Boah. Man kann immer noch die Kyle Joins spielen auf zwei. Es ist okay. Es ist quasi wie jetzt mit Dark Hole, die halt auch quasi den gleichen Effekt hat, bloß ein bisschen Bonus-Effekt haben sie sie auch, ja, auf zwei gesetzt. Das ist interessant. Rad Peer wird sehr interessant zu sehen. Wird jetzt Zodiac-Engine komplett sterben und es werden einfach nur noch andere Decks gespielt? Oder wird Zodiac selbst noch sich halt irgendwie halten können? Okay, das ist eine interessante Liste. Was haben wir dann noch? Und Zangan ist direkt von Forbidden auf drei. Das hat auch verdient, nachdem er drei Monate da rumgegammelt, äh, ein halbes Jahr da rumgegammelt hat und nichts passiert ist. Ich bin gespannt, ob er vielleicht jetzt benutzt wird. Sein Effekt zwar ist once per turn, aber, ne, man kann immer noch was Gutes suchen. Okay, das ist tatsächlich so eine Update-Liste mehr oder weniger. Es ist wenig Starkes verändert worden. Äh, was wurde adressiert? Es wurde Kirin adressiert, was, was man sich gewünscht hatte schon weit vorher. Ähm, man wollte eigentlich, dass sie nicht auf eins geht, sondern direkt banned damals. Äh, der Tyrann-Neptune ist präemptiv, damit das FTK nicht da ist. Äh, Vanity's Emptiness finde ich sehr interessant. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in der OCG ist die, glaube ich, aber auch auf eins oder zwei oder drei. Ich weiß das gar nicht. Ähm, ein bisschen schade. Ist eine gute One-Off-Trap. Ähm, einige spielen sie halt gar nicht Main oder einige spielen sie halt Main, einige spielen sie dann gar nicht. Ähm, ist eine gute Trap gewesen. Okay, nehm ich mal jetzt so hin. Äh, Max-C tut weh. Das sagt ja immer richtig Ass. Also, man macht wirklich das First-Gen wieder ein bisschen safer für den Spieler. Ähm, auch wo man halt nicht vielleicht eine Vanity's sehen kann. Man hat halt Max-C nur noch auf eins, was halt wirklich dann einen dazu zwingt, mehr oder weniger andere Hand-Traps zu spielen, wie Ghost-Orga oder so. Ähm, okay, müssen wir mal gucken. Äh, denn der Rest ist halt so ein bisschen Entbunnen-Stuff. Das war ganz klar. Ähm, also sonst haben sie gar nichts in der Limit-Liste gemacht. In der SEMA-Limit haben sie ein bisschen was gemacht. Tatsächlich ein bisschen angepasst, so die Redpeer. Und, ähm, Wizard of Eye finde ich interessant. Mal gucken, ob da was mit den Magicians dann mit dem neuen Support klappen wird. Äh, Redpeer müssen wir dann halt gucken, wie das sich in einem Meta verhalten wird mit zwei Redpeers. Wie weit die Engine noch gesplasht wird. Oder ob jetzt einfach die anderen Decks dominieren werden, wie Palio oder Infernoids. Halt pur dann mehr oder weniger. Und halt auch Light Sworn und sowas. Äh, Kaiju Slumma ist so ein bisschen damit halt, ne, die Karte ist schon ziemlich stark. Ähm, Kaijus selbst sind relativ fair, weil sie sind halt inherent erstmal in Minus Eins. Man muss halt noch zwei in Kaiju haben, dann werden man special. Und dann, wenn man da wieder rüberkommt, halt, ähm, Kaiju Slumma ist halt eine super Karte. Die macht halt Dark Hole. Plus ich suche mir dann nachher noch einen Kaiju, der halt dann wieder das quasi, mehr oder weniger das Minus Eins wieder ausgleicht. Ähm, das, das, das haben viele erwartet. Auf jeden Fall hätten sie lieber auf Eins gesehen. Und Sangan ist halt auch wieder so ein, äh, auf einer von den Erataten Karten. Deswegen ist das vollkommen irrelevant. Okay, wir haben eine neue Liste. Nicht so viel Starkes verändert. Aber dennoch ein paar Veränderungen. Ich glaub, viele werden unglücklich sein mit der Liste. Ähm, ich hatte aber gehört von ein paar Kollegen, die halt so ein bisschen mit Konami auch ein bisschen in Kontakt stehen, dass eigentlich Konami gar keine Bandlist geplant hatte. Ähm, und jetzt tatsächlich doch noch eine macht. Ähm, ist schon interessant, dass sie dann halt wenigstens ein bisschen was machen. Eigentlich war geplant gewesen, dass überhaupt keine kommen sollte, weil die Eidolons sollten das eigentlich schon regeln, mehr oder weniger. Was wir persönlich ja als Spieler, glaub ich, eher nicht so denken. Ähm, okay. Nehmen wir mal erstmal so hin. Ich bin froh, dass wir dann eine neue Liste haben. Ich kann Duell-Serie weitermachen. Ich kann so ein paar andere Sachen, äh, anfangen. Ähm, ja. Ja, alles klar. Ich glaub, das war's erstmal. Interesting. Neue Liste, ähm, ab dem 31. März. Äh, das wird dann wahrscheinlich unsere Liste sein für die EM. Ähm, ohne Sony X vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht findet jemand eine coole Kombo. Ein Max-T2W. Vanity ist schade. Und der Rest, ähm, mehr oder weniger verständlich oder beziehungsweise schon predicted worden. Alles klar. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Diskutiert gerne in den Kommentaren, was ihr davon hält. Ähm, ich hätte natürlich auch eigentlich viel mehr erwartet nach dem halben Jahr. Aber anscheinend möchte ich hier in der TCG Konami ein bisschen mehr den Powercreep selbst, dass der Powercreep selbst das Meta kontrolliert. Ähm, können wir mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, OCG geht da ein bisschen ähnlich vor manchmal. Manchmal lassen sie halt die Bandles komplett aus. Mehr oder weniger machen gar keine Adjustments, sondern machen sie wieder richtig harte. Vielleicht kommt das bei uns dann mit der nächsten Liste. Ich bin schon mal froh, dass wir eine neue Liste haben. Das heißt, ähm, ja, man kann wieder über einige Topics reden, die man halt lange vor sich hergeschoben hat. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.